So nicht schlucken, waren drüber. So, werte Fußballfreunde und Fußballtrainer, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Spiels für das V63 gegen VfB Germania-Alberstadt. Ich begrüße ganz herzlich den Gästentrainer, Andreas Pedersen und neben meiner rechten Seite Sven Tos vom eigenen Verein hier. Ich denke, der Gast wird mal eine Endschätzung geben, wird dir eigentlich schwer fallen bei dem heutigen Ergebnis, aber ich glaube, ein paar kritische Anleitung vielleicht noch vollziehen. Ja, hallo jetzt mal. Kritisch gar nicht heute. Wir wollten von Anfang an ein seriöses Fußball spielen, zeigen, dass wir, glaube ich, in diesem Jahr die Überraschungsmannschaft der Liga waren, die wir uns weiterentwickelt haben. Früher war er auch statt für Russikalen-Fußball, für Unernehmen-Fußball und der Spiel, glaube ich, ganz gekleckten Fußball, der Spaß macht das Einzelmann, wo es wirklich immer die vielen Torchancen gibt. Ja, das hätte heute ganz böse enden können. Gott sei Dank, wie gesagt, es war ein bisschen gnädig gewesen. Also, es ist mein letztes Spiel als Trainer gewesen. Als letztes Spiel für die Mannschaft. Da ziehen abgeschlossen. Ich glaube, man kann gut, um zufrieden sein, macht heute überhaupt zu Hause noch eine gemeinsame Abflussfeier. Dadurch hat man natürlich auch ein bisschen Lust und Laune dazu. Ich glaube, das wendet uns nicht so gut gehen. Aber es ist halt ein Fußball für letztes Spiel. Ich wünsche, das wendet uns natürlich alles erinnert. Und in meiner Mannschaft kann ich einfach nur sagen. Kompliment, Kompliment. Das hat schon was mit Fußball zu tun. Und natürlich, wie es heute selbst in dieser Tabelle im Schwebens, wo du eigentlich voll Angst hattest, dass man da in diese Richtung kommen kann. Ich glaube, Adler schon kann stolz sein. Erik Kühl kann stolz sein, wie die Mannschaft in den letzten zwei Jahren sich entwickelt hat, welche Ziele sie erreicht hat. Ich hoffe, sie hat noch nicht da sich. Wird hoffentlich auch in den nächsten Jahren eine gute Rolle spielen. Dankeschön. Ja, Sven, Ante schweigt voll war nicht. Dennoch eine Einschätzung. Ja, wir haben ja jetzt erstmal einen Wunsch. Er ist ja viele Dinge schon aufgezählt. Absolut verdienter Sieg. Und für uns wund ich noch glücklich am Ende des Tages, dass wir nicht zweistellig beschossen werden. Man muss heute einfach auch mal klipp und klar sagen, dass wir zu keiner Zeit überhaupt noch in dieses Spiel reingefunden haben. Wir waren alle der total letzte Ohr. Sehr, sehr gut gemacht haben. Haben heute überhaupt nicht zu sehen. An den Anfang von der Spannung über fehlende Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, das volle Programm. Und dann muss man mal auf die Tabelle gucken. Halberstadt hat 52 Punkte, wir haben 9 Punkte. Und genau so waren heute die Unterschiede von Niveau und von Fußballerunschem noch herangegangen. Und wenn es beides heute noch mit oft hat, mit so einem Schlussresultat, dann auch die Erkenntnis, dass jeder, der hier noch irgendwie hofft, dass wir in der Regionalliga bleiben über irgendeine Hintertür, aber ganz schnell sich von diesen Hoffnungen verabschiedet, weil es nicht machbar wäre, in der Kürze der Zeit eine Regionalliga für die Mannschaft auf die Beine zu stellen. Und vielleicht ist es dann auch genau so gerecht, dass wir wieder in Europa wieder neu starten müssen. Und heute, wir haben auch eine Abschlussfeier. Ich tue mich sehr, sehr schwer, nach so einem Spiel noch irgendwas zu feiern. Ja, vielleicht ist, dass Spieler dann mal ein bisschen schneller sind mit Verträgen, aber das hinken wir vielleicht als Spielerführung. So als Trainer geht es mir nicht so einfach. Und von daher, er wartet heute schon nach nach der Marge. Dankeschön. Ja, Herr Petersen, vielleicht von Ihrer Nachfrage. Sie haben gesagt, angeblich, dass Sie nicht mehr Trainer sind. Wie ist Ihr weiterer sportlicher Weg? Können Sie mal schon mal dazu was sagen, wenn wir uns das haben? Ja, meine neue Aufgabe soll der sportliche Leiter sein, was ich denke ich mal sehr gerne annehmen. Ich glaube, auch ein paar Jahre lang waren wir als Trainer auch bei uns in der Spieler gelandet, die keiner auf den Schirm hatte, die, ich sage mal, über die zweite Bildungslektion zu kommen, über den dritten, so ein bisschen das Gefühl dafür haben. Ja, wir haben ein schweres Jahr vor uns. Auch wir können aufgrund der Wirtschaftlichkeit nicht mit den Tuchmannschaften mitteilen. Also es wird nächstes Jahr eine zweiklassische Gesellschaft geben. In dieser Regionale hier, da gibt es acht Mannschaften, die spielen um Platz eins und der Rest spielt gegen Erzteam. Das Gute ist, dass es eventuell nur ein Ansteiger gibt nächstes Jahr. Aufgrund, dass er erst direkt hochkommt, aber ich weiß ja nie, was aus der dritten Diga runterkommt. Und von dem her wollen wir uns so aufstehen, dass wir weiter in der Wettbewerbslehmenschaft ein bisschen umschulig haben. Und meine Arbeit hat da in der Karte, es hat schönes, das neue Trainerteam zu begleiten, ja, zu scouten und zu richten. Und natürlich auch mal die Rückfahrten ein bisschen gelegt, weil die hatten fremste Kollegen auch nach so einem Erfolg. Aber kann jetzt hier auch schnell. Ja, Dankeschön. Nachfragen von der Presse? Habt ihr eine Zuschauerzahl? 203. Ja, wenn sie nicht, dann wünsche ich unseren Gästen, besonders ihr, alles Gute gesundheitlich, dass du erfolgreich in der National-Liga gestehen kannst. Das würde ich mir auch mit Schrecken geben, das ist klar. Und gute Rückfahrt und dann auch für den Urlaub wahrscheinlich. Das werden wir es vielleicht natürlich auch. Dankeschön.